So, Naivok. Jetzt ist es er oder wir. Denn nochmal bekommen wir so eine Chance nicht. Du hast mich wachgerüttelt, Dani. Ich bin vor Castillo davongerannt. Vor Maria. Vor allen. Jetzt rennen sie vor mir davon. Das ist für Thalia. Wir werden das kranke Mistschwein beerdigen. Der Alarm muss weg. Gefährlich. Die Kamera da muss weg. Das schaffen wir einfach nicht ohne Alarm. Das wird sich eigentlich alle geben. Das ist das Problem nicht. Hier ist es gefährlich. Das geschaut ist gar nicht mehr. Geht? Oh, nein. Das ist ja ein Barsch. Das ist wirklich so uncle. Keine Verstärkung mehr. Was ist das denn? Hey! Ich habe mich auf den Arsch. Was ist das denn, wenn ich mich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war ein Ding. Sie werden einen Bodenangriff erwarten. Versuchen stattdessen über die Dächer hinein zu gelangen. Tod von oben. Ist ein Versuch wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier sind schon genug von euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schuss! Wo wann die? 2 drin? 3 drin? Los halten euch! 1 Chat. Oh... Oh...? Pffs. Fuck. Das war's für heute. Scheiße, ich bin fast. Okay. Was ist das? Oh Was ist das? Das war's für heute. 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 Was ist denn das hier? Das war's für heute. 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 Sehr gut. Das war's für heute. 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 Ich suche das Echo! Oh, Freunde, Adi! Lass mich nicht festnageln! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist das für Sie? Hier kommt die beschissene Kavalerie. Ich komme aus der Luft. Ich komme aus der Luft. Ich komme aus der Luft. Was ist das? Das sind zu viele Soldaten. Da kann ich dich nicht mehr ausruhen. Wie wollen Sie die aus dem Weg? Das ist mein Gehreer. Land als Mächter. Das wird es nicht gewünscht. Sind wir da wo das geht? Granate! Nicht nachlasen! Ja! Weiter, komm! Go! Go! Hey! Freie Rennstecken, Galileus. Ich darf nur, um euch abzuholen. Ja. König! Der Doktor! Tot! Was für eine Trapödie! Die Siegesgötter war heute auf unserer Seite! Genießt es, Gerieros. Der Morg-Tratzius wird jemand anderem. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hey, Doktor! Tod. Und Castillo ist der Nächste. Du klingst... anders. Du hörst mich zum ersten Mal, Micha. Du marschierst mit mir nach Esperanza? Ich kämpfe dich. Ich jag Castillo eine verdammte Kugel in den Kopf. Aber denk nicht, dass ich dich vom Haken lasse. Es ist leicht, von Familie und Gleichberechtigung zu reden, wenn man kein Land regiert. Wenn deine Revolution vorbei ist, hat meine noch nicht mal angefangen. Also halten wir das mal fest. Bicho! Sie, Kapitän. Königin Clara, ich meine Reffer. Nenn mich Pass. Pass. Radio Libertat möchte was von unserem neuesten Kommandante hören. Sie wirst durch! Wirst du allen sagen, dass Libertat meine Idee war? Scheiße, das werde ich mir ewig anhören. Ich hasse diese verdammte Musik. Das ist nicht Pedro Torero. Ah, genau, Dani. Die Revolution wird kommen. Die Revolution wird kommen. Mein Land wird nicht mehr wunderschön. Das ist nicht mehr wunderschön. Das ist nicht mehr wunderschön. Das hast du schon mal gesagt. Schon geöffnet? Si, Senor Presidente. Es klingelt jede Stunde, Senor Presidente. Hola, ¿fas si está? Ich erkenne diese Stimme. Hm, gefällt dir mein Geschenk? Du hast ihn ermordet, was für eine Überraschung. Und durch die gefundenen Infos konnten wir 10 Ladungen von deinem kostbaren Viviru kapern. Ich hätte da eine Frage, Senor oder Garcia. Wenn ich tot bin und Yara brennt, was genau ist dann der Plan? Händchen halten? Und Lieder am Feuer singen? Pinga, wer hat dir das verraten, Fasista? Du nennst mich Senor Presidente! Werf die Kamera an. Ich kann jetzt zum Volk sprechen. Papa? Was? Halb nah. Läuft, Senor Presidente. Mit großer Trauer gebe ich bekannt, ein Held des Paradieses ist tot, Dr. Edgar Reyes. Er war nicht nur der Kopf hinter Viviru, sondern auch ein persönlicher Freund. Denn das war nicht. Hey, Danny. Hey. Hey. So, das ist wohl noch diese Mission. Der Mordanschlag ist auch noch, aber da habe ich das Gefühl, da passiert nicht das, was wir erwarten. Vor allem können Sie es ja mal probieren. Ich schenke da noch eine Influzmission auf, vielleicht sind das noch für die Lippen. Zieh mich da nicht mit rein! Hupen lassen. Hupen lassen. Meistens funktioniert es aber, dass es weicher Land ist, wenn man den Kreis drückt beim Absprung. Aber um und wieder geht es nicht. Wenn du so kurz abdrückst. Verdammt, einfach kurz bleiben. Einfach kurz bleiben. Und jetzt geht's! Vamo! 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 von Chefs, Regierungsgebäuden und Betretern, Militärs und Veranstaltungen ist nur mit einer Sondergenehmigung gestattet. Jede Zuwiderhandlung wird als Straftat gewährt werden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße! Auf Befehl von Präsidenten Anton Castillo wurde in Esperanza das Kriegsrecht verringt. Bleiben Sie die Häuser! Ah! Die ganzen Neurobilder? Bitte nicht, wir können über Hannes reden! Bitte nicht! Bitte! Eine Nachricht vom Jahrgangsflück, für die Welt her an Autopastierung! Noch her! Noch her! Noch her! Noch her! In der Sprühkosen! Noch her! Österreicher! Noch her! Wir müssen die Sprühkosen! Wissen! 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 Wie ist das? Ich habe gehört, du hast heute Nacht schlecht. Ich habe gehört, du hast heute Nacht. 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 Ich habe heute Nacht. Mehr Frischfleisch. Hallo. Ich habe heute Nacht. 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 Haltige Bucke. Haltige Bucke. Tiefen Bucke. Mordige Bucke. Wer ist klarer Kassierer? Wer ist gewettet? Wie entsteht eine Gerierung? Ich sage es, jeder Geriererung ist Ergebnis eines Versagens. Sei es Charakterschwäche, fehlende Moral oder fehlendes Mitgefühl. Was? Jedes Mal, wenn wir versagen, wird ein Gerierer geworden. Wir müssen diese Fehler auslösen. Wie? Mit Disziplin, mit Wachsagheit und Wahrheit. In eine Sparienanlage, dem Credo unseres Paradieses. Niemand darf eine Wohnung verlassen. Auch der Besuch von Freunden und Angehörigen ist kaputt. Verplanet den Richtkorb. Ich habe hier eine Absperrung umgegangen. Ganz am Anfang kam mir auch durch so einen Tunnel entkommen. Sch�� brahen, natürlich jetzt nicht so richtig. Ich hab's Wachsagin. Schulkebrank und Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Oh... Was ist das? 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 Was ist das?